Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Bei der lieben Tanja habe ich ein sehr cooles Video gesehen und zwar ging es um Autoren und Autorinnen, die sie einfach kauft, die sie blind liest und immer wieder dazu greift, wenn sie ein neues Buch entdeckt, ohne sich groß den Klappentext anzuschauen oder auf Rezensionen zu warten. Ich fand die Idee so cool und mir sind direkt auch sechs Autorinnen und Autoren eingefallen, wo ich dachte, ja, bei denen ist es tatsächlich mittlerweile auch so und die möchte ich euch heute so ein bisschen näher bringen. Ich packe das Video unten von Tanja in die Infobox, schaut gerne mal bei ihr vorbei, besonders wenn ihr so in der Romance-Genre unterwegs seid, seid ihr da bestens aufgehoben. Zudem hat sie eine ganz erfrischende Art, über Bücher zu sprechen und ich schaue ihre Videos super, super gerne. Grüße gehen raus an dich, liebe Tanja, vielen Dank für die Inspiration und jetzt kommen wir zu meinen sechs Autoren, die natürlich stellvertretend für ihre Bücher auch stehen. Ich glaube, die Autorin, von der ich am meisten gelesen habe, ist Adriana Popescu. Das Buch Goldene Zeiten im Gepäck ist jetzt natürlich nur stellvertretend. Man sieht hier eine ganze Reihe und ich glaube auch... Nein? Ach, ich sitze davor. Hier hinten ist sie nochmal. Adriana findet man in allen möglichen Genres, vom Jugendbuch über Liebesroman, über Lebensgeschichte. Sie hat kürzere Geschichten gemacht, sie hat verschiedenste Pseudonyme. Sie schreibt Krimis unter Adriana Jakob. Sie ist auch unterwegs als... Oh Gott, ich habe gar nicht alle Namen im Kopf. Mia Newman ist sie. Sie ist Sarah Fischer. Und habe ich irgendeinen Namen vergessen? Vermutlich Carrie Price. Genau, da hat sie die New York Diaries geschrieben. Und ich liebe den Stil von Adriana. Seitdem ich damals Lieblingsmomente gelesen habe, habe ich all ihre Geschichten gelesen. Ich finde, in jedem Genre macht sie ihre Arbeit wirklich zu 100%. Ich mag die Jugendbücher mit ein bisschen ernsteren Themen, aber auch mit einer Leichtigkeit. Ich mag in den erwachseneren Romanen die Dialoge, die Charaktere, die sich so echt anfühlen, so aus dem Leben gegriffen. Ich mag ihre Dynamik, gerade was dann Gruppen angeht oder natürlich auch wenn zwei Leute unterwegs sind. Und ja, Goldene Zeiten und Gepäck ist einfach ein ganz besonderes Buch. Jetzt Ende April ist auch das neue Buch schon von ihr im Pipa Verlag erschienen. Und jetzt, ganz frisch, haben wir die Info auch bekommen, dass sie im Jugend-Urban-Fantasy-Bereich unterwegs sein wird. Und da, ich glaube, im Oktober ein Buch erscheint. Also Adriana ist überall und das absolut zu Recht. Und das ist wirklich die Autorin, die ich mit am meisten gelesen habe. Ich glaube, getoppt hat das nur der Meister selbst. Nämlich Stephen King. Ich glaube tatsächlich, dass er der von mir am meist gelesene Autor ist. Insofern man eben auch sagt, dass man verschiedene Geschichten gelesen hat. Ich meine, ich habe bestimmt schon zehnmal Den Herrn der Ringe gelesen. Deswegen ist es natürlich trotzdem immer das gleiche Buch. Beziehungsweise die Welt von Tolkien ist ja ein bisschen anders. Aber ja, Stephen King, ich glaube, ich muss zu ihm gar nichts sagen. Er ist meiner absoluten Lieblingsautoren. In den verschiedensten Genres ist er unterwegs. Vom klassischen Horror über Grusel, über Thriller, über auch einfach, ich sage mal so ein bisschen Science-Fiction, Fantasy, was natürlich alles grob gefasst sehr ähnlich ist. Und ich bin einfach ein großer, großer Fan. Ich mag seine Charakterstudien. Ich mag, wie er Menschen beobachtet, die vermeintlich normalen Menschen in Ausnahmesituationen, wie er es mal in irgendeinem Kurzgeschichtenband auch betitelt hat. Und ich finde tatsächlich, das spürt man. Also er nimmt normale Menschen und setzt sie irgendwie in ein Szenario, was hoffentlich den meisten Menschen nie passieren wird. Und er schafft das immer wunderbarst. Er hat einen sehr ausführlichen, bildhaften, vielleicht sogar überschwänglichen Stil. Also er neigt schon dazu, eher mehr zu erzählen, als sich kurz zu fassen. Aber ich liebe das sehr. In den meisten Fällen bin ich davon wirklich begeistert, wenn ausführlichst erzählt wird, wenn ich mich einfühlen kann, wo ich bin, wenn ich das vor Augen habe, wenn ein Film abläuft. Und das kann für mich Stephen King wirklich par excellence. Und mit seinen Kurzgeschichten habe ich immer mal so ein paar Probleme, weil sie, glaube ich, einfach zu kurz sind. Also das liegt an mir, aber vielleicht kann er nicht. Ja, also die Kurzgeschichten. Und auch enden kann er tatsächlich manchmal leider nicht so. Es gibt so bei dem einen oder anderen Buch, wo ich denke, das Ende ist so knapp am Ziel vorbei. Es gibt aber wirklich eine Handvoll Bücher, die ein grandioses Ende haben. Und ja, Green Mile, auch stellvertretend, ein ganz tolles Buch, gehört in meine Top 3 und darf jetzt deswegen in diesem Video nicht fehlen. Eine Autorin, der ich noch gar nicht so lange folge, aber seitdem auch wirklich alles gelesen habe, ist W.E. Schwab. Hier das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Man kennt W.E. Schwab auch unter Viktoria Schwab. Wenn sie als Viktoria schreibt, ist sie eher im Jugendbuch unterwegs, während sie als W.E. Schwab doch eher erwachsenere, etwas düstere Fantasy-Literatur schreibt. Die Grenze ist aber natürlich manchmal, also, ja, warum sollte ich die Erwachsenen-Romane vom Alter irgendwie passen? Die Zielgruppe ist nicht auch ein Jugendbuch lesen. Aber es gibt eben auch Bücher von ihr, die eben unter Viktoria erscheinen, die dann eben doch eher so ein bisschen das Jugendliche abdecken. Und bei W.E. Schwab, bei Viktoria Schwab mag ich diese Düsternis, besonders zwischen den Zeilen und ich mag diese Wahnsinnsreichtum an Fantasie. Also egal, in welches Buch man greift, ob es wirklich jetzt die Fantasy-Reihe von ihr ist mit den vier Farben der Magie, ob es die Jugendbuchreihe ist, die ich sehr gerne gelesen habe, City of Bones, ob es der etwas ernstere Fantasy-Roman ist, der wirklich herausragend ist. Also ich habe heute noch, obwohl das Buch ja jetzt auch schon zwei Jahre ist, ich glaube, kam das vor zwei Jahren, 2021, tatsächlich, ja, fast zwei Jahre her, und ich träume heute noch von manchen Szenen, die so gut ausgeschrieben waren, dass ich sie vor Augen habe, dass ich in den Traum zurückfinde und dass ich echt große Lust auf einen Re-Read hätte. So geht es mir mit nicht so vielen Büchern, dass die mich nachts verfolgen und das auf positive Art und Weise. Viktoria Schwab hat wirklich einen sehr bildhaften Stil. Sie schafft es wirklich, Atmosphäre mit wenigen Worten zu kreieren. Sie muss nicht zu viel erzählen und trotzdem fühlt man sich eingebunden. Ich mag die Ideen, die sie hat, wie sie sie umsetzt. Ich bin da wirklich sehr begeistert von... Ja, das sind Sam und Sunny. Ich bin da wirklich sehr begeistert, wie sie an Themen herangeht, wie sie diese Thematiken auch verarbeitet und uns eben auch näher bringt. Also wirklich hier, Eddie LaRue, eine junge Frau, die im Grunde den Pakt mit dem Teufel eingeht, um dann eben ja ewig zu leben, aber eben, dass sich keiner an sie erinnern kann und was das für ein Preis ist, den sie bezahlt. Und sie hat ja nicht nur das Historische gut dargestellt, auch diese ganze Fantasy-Richtung, in die es geht, die Fantastik. Und es war so lebendig. Ich fand das wirklich großartig. Und ich fand, bei allen Büchern, die ich von ihr gelesen habe, war ich sehr, sehr, sehr angetan und würde blind jeden V.I. Schwab lesen oder Viktoria Schwab, den ich in die Hände bekomme. Aktuell habe ich auch galant am Lesen, bzw. wenn ihr das Video seht, ja, ist der April schon rum, habe ich schon gelesen, werde ich auf jeden Fall im Büchermonat drüber berichten und ich würde hier auch auf keinen Klappentext mich mehr verlassen, sondern einfach direkt zum Buch greifen. Dann ein Autor, der es bereits mit zwei Büchern geschafft hat, mich zu begeistern, und zwar ist das T.J. Gloon, der mich mit beiden Büchern dermaßen gepackt hat, gefesselt hat, begeistert hat, unterhalten hat und wirklich wahnsinnig spannende Themen auch mit aufnimmt und die wunderbarst beschreibt. Und ich freue mich so, so, so jetzt auf das dritte Buch von ihm, was jetzt im April, Mai irgendwie erscheint. Und ich muss wirklich sagen, bei T.J. Gloon, ich will gar nicht wissen, wie ist der Klappentext. Ich will einfach nur das Buch lesen und ich habe beide Bücher wirklich vorher sehr geliebt. Was ich nicht mag, ist, dass das hier kein Aufkleber ist, sondern draufgedruckt. Das stört mich immer wieder, wenn ich es sehe. Das Besondere an T.J. Gloon ist für mich, dass er wirklich spannende Themen hernimmt, die man in der Literatur vielleicht noch nicht so eingewoben in die Fantastik findet und die wirklich mit diesen fantastischen Elementen richtig schön greifbar gemacht werden. Sie sind zwar durch die Fantastik irgendwie in einer anderen Welt, aber gleichzeitig erreichen sie so mein Herz, dass ich mich so abgeholt und angekommen fühle, dass ich da irgendwie so frei atmen kann, dass dieser ganze Stil, den er auch hat, dass das ist so wunderbarst erzählt, so liebevoll seinen Charakteren gegenüber, auch nicht in der Entwicklung stören, sondern eher fördern und ich finde das wirklich großartig. Ich finde, T.J. Gloon hat wirklich eine Art des Schreibens, wie ich sie selten gelesen habe, weil es ist nicht langweilig, es ist aber auch nicht alles irgendwie so schnell und überspannend und jeder Spannungsbogen erkennbar, sondern es ist irgendwie so ein natürliches Forttreiben, was einen immer wieder weiterbringt, nicht nur in der Geschichte, nicht nur in den Charakteren, sondern auch im eigenen Denken und das fand ich richtig toll. Das mag ich an beiden Geschichten und ich, ja, auch für mich definitiv Re-Read-Kandidaten. Allein, wenn ich hier die Markierungen sehe, ja, denke ich, das ist, das spricht einfach für sich und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das dritte Buch und ich weiß auch gar nicht so richtig, um was es da geht, irgendwas mit Robotern, ganz egal, ich möchte es definitiv lesen. Die letzte Autorin, die ich hier jetzt auf dem Stapel dabei habe, ist tatsächlich, ja, Julie Kaplan, die mich mit ihrer Romantic Escapes-Reihe wirklich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Insgesamt gibt es jetzt acht Bände, das ist der aktuellste und achte Band, den ich auch gehört habe und ich habe alle Bände gehört, ich habe, glaube ich, keinen einzigen gelesen, weil für mich funktioniert diese Art Wohlfühl-Romane tatsächlich am besten, wenn ich sie höre. Ich habe zu der Romantic Escapes-Reihe auch mal einen Hörgenuss hochgeladen, den verlinke ich euch auch mal unten in die Infobox. Wenn ihr da Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Ich mag hier die Mischung des Leichten und scheinbar auch Seichten, aber gleichzeitig haben wir doch so ganz besondere Lebensthemen, wo eben eine junge Frau so ein bisschen flüchtet, deswegen Romantic Escapes, aus der Arbeit, aus der Familie, aus einer Beziehung, sich dann an einen Ort begibt, den sie eben noch nicht kannte, den sie entdeckt und das eben zusammen mit uns. Nicht nur, dass wir in den Büchern wunderbare Ortsbeschreibungen haben, unterwegs sind, das Land kennenlernen, die Städte und dann eben auch die Kultur und zu der Kultur gehört natürlich auch immer das Kulinarische und auch das ist in diesen Büchern sehr, sehr, sehr vertreten. Also es gibt im Grunde kein Buch, wo nicht über leckeres Essen gesprochen wird. Hier ist es tatsächlich ein bisschen anders, aber dazu dann in meinem Büchermonat. Ich liebe ihre Bücher, sie sind wunderbare Unterhaltung, sie lassen einen so ein bisschen runterkommen, sie sind modern, sie zeigen tolle Charaktere, sie machen schöne Liebesgeschichten, wo nicht so ganz der Fokus drauf ist, sondern eher immer auf dieser Lebensentwicklung der Charaktere und das macht mir einfach Spaß. Das ist irgendwie mal noch so eine Spur mehr, als man von einem klassischen Liebesroman irgendwie erwartet und ich mag eben auch hier dieses Aufreisen gehen, verschiedene Städte, Länder zu entdecken. Wir hatten jetzt hier ja schon einiges. Wir waren in Kopenhagen, wir waren in Brooklyn, in Paris, dann waren wir in Island, in Tokio, in der Schweiz und auch in Irland und das nächste Buch spielt dann in Schottland und ja, hier sind wir, wie man sieht, in Kroatien und ich mag das sehr gerne, diese Verwebung aus Kultur, Kulinarischen und dann eben auch diese Charakter, die sich entwickeln und ja, tolle Mischung. Julie Kaplan, ich muss gar nicht groß wissen, worum es in den Büchern geht, sondern der Ort wird mich ansprechen und dann werde ich dazu greifen. Ich bin sehr gespannt, ob sie diese Reihe weiterführen wird und wo sie uns noch ein bisschen hinführt. Ich hätte noch so ein paar Länder, Städte in Gedanken und würde mich da freuen. Mal gucken, wie es da weitergehen wird. Und ja, der letzte Autor ist auch ein Autor, den ich noch gar nicht so lange kenne, aber dessen besondere Art mich auch sehr gepackt und gefesselt hat und zwar ist die Rede von Jay Kristoff hier stellvertretend mit Nevernight, mit wohl mit der geilsten Fantasy-Reihe überhaupt. Das muss ich wirklich sagen, das hat für mich die Fantasy nochmal in eine ganz andere Position gebracht. Es hat mich hier ja absolut gefesselt. Jay Kristoff liegt es, Episches zu erzählen, Großes zu erzählen, tiefgründig zu werden und gleichzeitig schafft er es aber auch, seinen Humor, der doch sehr schwarz ist, sarkastisch ist, beizubehalten, ohne dass es irgendwie drüber ist, ohne dass die Charaktere wie in so einem Comic-Relief wirken, sondern er schafft es, dass eben die Charaktere trotz dieser Themen, die sie haben, der Probleme, der Herausforderungen, der Dinge, der sie sich in diesen epischen Welten stellen müssen, dass die ihren Humor behalten, dass sie uns auch irgendwie humorvoll mitnehmen und uns durchaus auch ansprechen als Leser. Und ich habe noch in keinem meiner Bücher so ein großartiges Personenregister gelesen, wie in Band 2 und 3 von Nevernight. Das war schon so zum Lachen und zum Schmunzeln, dass ich wirklich dachte, das muss einem erstmal einfallen. Also alleine erinnere ich mich an so Passagen à la O, Beziehungen von X zu Y. Es ist kompliziert. Und das höre ich heute noch so. Ich habe die Reihe damals gehört, großartig vertont, von Robert Frank. Definitiv ein großartiger Hörbuchsprecher. Wenn ihr da ein Hörbuch seht, würde ich auch immer direkt blind zugreifen. Kann ich nur empfehlen, hört euch mal seine Stimme an. Und ich liebe die Fantastik, die J. Christoph schreibt. Das ist doch irgendwie mal was anderes. Natürlich nicht komplett das Rad neu erfunden, aber was er hier zum Beispiel mit Mia Kovare geschaffen hat, als Assassinen in dieser Welt mit der Schattenkatze, Das war so, so großartig. Ich höre heute noch Passagen, die bei mir in Erinnerung geblieben sind, die ich vor mir sehe, wie ich mich da reingefühlt finde. Er schmeißt uns auch gerne direkt in Situationen hinein. Und man muss ein bisschen etwas Derbes aushalten. Man muss so ein bisschen dieses Dark Fantasy mögen. Auch ein bisschen Brutalität und auch Sex kommt durchaus immer mal darin vor. Aber es ist einfach nur großartig. Und J. Christoph hat es für mich nicht nur in der Fantastik, sondern auch im Science-Fiction-Bereich wirklich geschafft. Wenn ich auch an Aurora erwacht denke, was er im Weltraum spielt. Oder Lost Like, wo wir so ein bisschen mit künstlichen Intelligenzen zu tun haben. Also auch diese Science-Fiction schafft er wunderbar zu erzählen, locker zu bleiben, leicht zu bleiben, nicht zu schwere Kost zu machen. Das Reich der Vampire. Wer endlich mal wieder ordentliche Vampire erleben möchte, sollte zu diesem Buch greifen. Und nicht vergessen, die Stormdancer-Reihe, die Lotus-Krieg-Reihe, die ich auch großartig fand. Die so ein bisschen Steampunk-Fantasy war, wo wir auch im asiatischen Raum so ein bisschen unterwegs waren. Also ich liebe den Stil. Und ich werde alles lesen, was irgendwie von J. Christoph kommt. Und bin sehr gespannt, was er noch zaubern wird. Und ja, auch Nevernight definitiv ein Re-Read-Kandidat. Und als Hörbuch könnte man es vielleicht mal so zwischendurch einschieben. Ja, so. Das waren sie jetzt, die acht Autoren und Autorinnen, die ich blind kaufe, von denen ich am Ende nichts wissen möchte. Wenn ich mich so im Wohnzimmer umgucke, gehört vielleicht noch so der ein oder andere mit dazu. Wenn ich an den Harpe Kerkeling denke, oder vielleicht auch an eine Leigh Bardugo. Vielleicht auch mal an George R. R. Martin. Wenn da mal irgendwas noch käme, könnte man drüber nachdenken. Aber ich glaube, so die genannten, ja, das sind definitiv schon die, wo ich sage, gebt mir einfach das Buch. Ich will gar nicht wissen, um was es geht. Jetzt bin ich natürlich neugierig, ob einer von meinen Kandidaten auch bei euch dabei wäre oder ob ihr ganz andere auf eurer Liste habt. Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Lasst uns in den Austausch gehen. Schaut unbedingt mal bei Tanja vorbei. Ihr Video ist unten verlinkt. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.